Heute sind wir in der Gemeinde Pfinsthal und ganz genau in Söllingen. Grüß Gott bei Immerunfün70. Mein Name ist Jens Stump, ich bin Ihr Regionale Immobilienberater. Ein umgefallenes Reihenhaus in Form einer genialen Eigentumswohnung können wir Ihnen hier präsentieren. Habeck mit seinen kommunischen Ideen hätte hier seine helle Freude. Die Wohnung, die ich Ihnen vorstellen kann, liegt im Dachgescheuers eines komplett kernsanierten Dreifamilienhauses. Jede Einheit hat ihren eigenen Eingang und kann daher fast als eigenes Haus im Haus bezeichnet werden. Im Zuge der Kernsanierung wurde hier alles technisch Mögliche gemacht, um auf einen KfW 40 EE Standard zu kommen. Unfassbar! Wir haben eine Wärmepumpe, Klimaanlage, Fußbodenheizung, Warmwasser über eine Wohnungsstation, eine perfekte Dimmung und vieles mehr. Hier wurde an nichts gespart, um Energie zu sparen. Den Rechnungen zufolge werden Sie in dieser Wohnung wohl keine bzw. nur sehr geringe Nebenkosten haben. Doch das ist nicht alles. Die Wohnung weiß nicht nur durch die Effizienz zu überzeugen, sondern auch durch den genialen Schnitt und die hohen Deckenhöhen. Kommen Sie mit! Hier wohnt man in den Baumkronen von Söllingen. Extrem hohe Decken, ein offener, freundlicher und heller Grundriss und in wenigen Wochen kommt hier noch ein Balkon hinzu. Wohnen exzellent! Ferner gibt es hier ein Elternschlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Büro und ein echtes Wellnessbad. Ein Abstellraum runde diese Wohnung ab. Die beiden anderen Wohnungen in diesem Haus stehen übrigens ebenfalls zum Verkauf. Bei Interesse fordern Sie einfach unser gewohnt aussagekräftiges Exposé an. Und jetzt fahre ich ins Büro und freue mich auf Ihre Anfrage. Und jetzt fahre ich ins Büro und freue mich auf Ihre Anfrage.